Aber die neuen Autos bei Benny, muss ich sagen, sind... naja. Es ist dann ein Porsche dabei und so ein Sportfakt, ne? Was ist da dabei? Zwei Sportfakt. Ja? Ein Supersportfakt, ein normaler Sportfakt. Gut gerettet. VG Spezialist ist ein 1. Martin. Und was das andere ist einfach, weiß kein Mensch. Der 1. Martin? Echt? Und wer war der 2. Martin? Weil Porsche ist Pister. Der Pister, Pister. Mensch. Sollen wir kurz das Auto holen? Jetzt... Das Rote. Sollen wir ein bisschen Action packen? Jetzt wollen wir mal in der Aufnahme... Ja, Level 95! Noch 25 Level, Levin, dann hast du alles. Die Frage ist, sollen wir jetzt einen neuen Server suchen? Oder sollen wir... Sollen wir einen kleinen Aufnahme-Cut machen und dann nochmal nochmal ansetzen? In der nächsten Mission? Sehr fast, vielleicht gar nicht mal so schlecht, hm? Wir bringen uns kurz zum Gebäude. Es geht gerade ein bisschen sehr viel Action. Ja, ich... ich fürchte schon. Ich befürchte, dass wir gleich eine Rakete-Artikel haben. Quatsch. Du und deine Raketen. Nein, ich bin eine Rakete. Oh yes, das ist mir schlecht. Nein, aber... Du... du... du arbeitest in deiner eigenen Rocket League. Aha. Aha. Da hast du aber auch Erfahrung drin, Levin. Ich hab' sorgt. Was? Blöder Jedi. Such mal einen neuen Server. Free! Gott. Zumindest sind wir dann am Gebäude dran. Das heißt, wir müssen nicht so weit wegfahren. Fliegen. Guck mal, ich könnte dich gar nicht erschossen... erschießen, Levin. Ich könnte dir eigentlich so einen Headshot jetzt normalerweise geben. Könntest du mich erschossen? Nein, dann erschoss mich. Er erschießt wen? Aber das Problem... Na gut, ich könnte es einstellen extra, dass wir uns gegenseitig wegschießen können. Nein. Ah. Ihr ladet mich ein, sagt Bescheid, wenn ihr so weit seid. Bist du, gehst du eine rauchen? Aber das wäre auch ne gute Idee. Nein. Wir sind mitten in der Aufnahme, du kannst jetzt nicht rauchen gehen. No. Was soll denn das? Komm, wir gehen zusammen, Levin. Was? Was? Wer sagt, dass ich jetzt was suche? Wolltest doch. Vergiss es. Bist du nicht? Noch jemand da? Oder spiel ich jetzt allein? Eh, ein bisschen. Du bist noch da. Bbbbbbbbbbbbbbb! Komisch, wenn ich nicht... Oh Gott. Ja, Kevin. Entmute dein Mikro und mach... Und geh wieder zurück. Man hört es nämlich voll, wenn du dein Mikro entmutelst, dann machst du kurz Klick in der Leitung. Ich weiß. Gott. Ich wollte aber selber gerade mich mal kurz erklären gehen. Klick, 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 klick. Äh, ja, wir haben einen Server mit 24 Leuten und da steht bei mir einer direkt in der Nähe. Ja. Aber ab von mir. Dann such was Neues. Ja, warte mal ab. Da steht nämlich gerade einer. Ja, wie? Warte mal ab. Wo steht der Server? Wo? Was ist da los? Hallo? Ich hab einen leeren Server gefunden. Ja, dann suchen einen vollen. So, wer Action meint, besser haben sie müssen. Irgendwie Hunger. Was, Hunger? Ja, ich hab heute noch gar nichts gegessen. Das ist ja doof. So ein bisschen finde ich das auch, ja. Ja. Okay. Man wird in einer dicken Explosion begrüßt. Sehr schön. Hast du eine dicke jetzt, oder was? Oh Gott. Die ist explodiert. Oh, scheiße. Hast du jetzt eigentlich eine feste Freude? Nein, nehmen wir doch die Schwabbeläge, weißt du? Hä? Hä? Ist gut gebaut. Wenn du drauf hast, muss das am Silvester noch schwabbeln. Vielleicht stehst du auf sowas, aber ich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich hab nichts gegenseitig, um Gottes Willen. Jeder soll so ein Leben leben, wie er das Laune hat. Ich kann aber so einen Kommentar von sich geben. Ja, richtig. War jetzt eigentlich auch nicht überhaupt gegen irgendwen speziell. An alle Hater, die gerne jetzt was schreiben wollen, bitte an den Kevin. Der freut sich. Danke. Jep. Jemals. Doch. Nein. Vor allem ist er ja auch nicht gerade der Schlankeste. Ja eben, ich darf das ja sogar sagen. Mopperchen. Voll. Du bist der Einzige, der hier Glück hat, Levin. Nein, warum? Ja, ja. Du, Bodenstange, wirst vom nächsten Wind weggeweht. Der erste Sturm ist er, hopps, auf dem Dach. Bodenstange. Was ist das? Ich hab bei 1,75,83 Kilo nix da Bodenstange. Also ich hab einen Server, wo einer außer mir noch drauf ist. Einer außer dir? Ja. Wer noch? Der ist aber gerade... Dann geh du, dann ist der arme Kellerlein. Ja, dann lad uns ein, du. Ja, dann lad ein. Dann ist der andere schon mal nicht so alleine. Warte, ich lade euch mit ein. Dann brauchst du nicht einladen, eigentlich kann man beitreten. Du, Mongo, du Ficker. Also nicht du, Kevin. So ein Paster. Oh, ich muss schnell beitreten. Ich hier wird irgendwo rumgeschossen. So ein Spasti. Was ist denn? Der Perno. Was ist denn Schießerei? Ich hab im Heli gerade ab. Ich gucke gerade, ob ich den... Arsch, Arsch, Kimmel. Ich sehe, da ist er. Was machst du denn? Lass doch den Menschen in Ruhe. Ja, ja, ich guck gerade. Der ist mit dem Kopfhede unterwegs. Haut aber ab. Ja, dann ist der gut. Hey, Ladekabel. Halt, wo willst du hin? Ladekabel? Ladekabel? Ladekabel hat sie gerade... Ladekabel, komm. Ladekabel. Kabel, 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 Kabel. So, bis vorher jetzt aber hier weitermacht und dir tritt der Ecke gerade bei, dann bin ich gerade mal kurz AFK. Was? Warum? Warum nicht? Weil er es kann. Weil ich käme. Weil er wieder Pipi boxen muss. Außerdem sind wir hier nicht mehr alleine, wir sind hier jetzt mit sieben Leuten. Allein mit sieben? Ja. Oh, was Neues. Hm. Ich nehme ihn mal mit, deswegen. Oh, ich habe ihn in die Dinge insgeworfen. Naja. Du auch? Bist du auch drauf? Ja. Ich wäre jetzt auch bei euch, suche jetzt aber eine neue und verschwindet wieder. Wer verschwindet? Mein Charakter. Warum? In den sieben Leuten. Ja, ich glaube, ich suche auch noch mal in der Zeit. Tschüss, Kevin. Vielleicht hat er die Eins mit einer Sieben verwechselt. Passiert bei der Sechse und der Neun auch oft. Hä? Aber nur wenn er Kopf steht. Kann doch sein, dass die Sechse auf dem Kopf steht. Wo ist denn der Punkt von der Sechs? Ich weiß es nicht. Ah, Franzosen. Okay. Habe ich euch erwischt. Nee, niemals. Okay, schade. Hätte das dann können. Wieso verlässt du das Spiel? Weil wir sieben Leute sind. Warum sind wir sieben Leute? Weiß ich nicht. Weil du wahrscheinlich die Eins mit einer Sieben verwechselt hast. Nein, das war tatsächlich nur der eine Typ drauf. Aber da müssen wir noch eine neue suchen. Machen wir gerade. Bin dabei. Oh, 27. Ja, so ähnlich. Dank dir mal drauf. Da ist ein bisschen weniger los als gerade. Mach's ruhig. Mach's ruhig. Sagen wir mal, was habe ich jetzt? Ich bin auch noch auf einem Server, wo Menschen sind. Aber ich habe auch 27. Bin wundert. Geh mal drauf. Mach mal. Mach mal. Die ganze Stadt ist voll. Nur Leute. Judd ist beißt. Das ist der weiße Punkt auf der Karte. Und ein roter. Der läuft amok. Und schießt alle anderen weg. Mit der Gatling einmal im Kreis. Hä? Das ist an der Seite so eine Liste, die nur so runtergescrollt wird. Den gekillt hat. Den gekillt hat. Den gekillt hat. Das wäre übel fair. So, ne. Okay, ich habe auf jeden Fall... Auch mal dauert es länger und dann dauert es mal wieder nicht so lang mit der Suche. Das ist auch gelegentlich echt ätzend. Hm. Alter, Schnauze. Scheiß Lobby. Scheiß Lobby? Ja, hasse ich auch. Geh doch raus. Sieben. Das ist gelaber. Bist du auf dem gleichen Server wie ich? Ne, irgendwie nicht. Ich bin jetzt mit sieben anderen auf dem Server. Komm, die schießen wir kurz weg, dann gehen sie alleine. Diesmal sind es... Also, das sind es wirklich sieben. Also, ich habe sieben gezählt. Ging gerade noch, ne? Ach, du Bastard. Bastard? Ne, wir wurden weggeschossen. Kinky Tomato Juice. Ehh. Mein Bein halt. Der wäre auch froh, wenn Playstation sagt, wir können jetzt die Namen ändern. Ja. Only in 3. Halt die Backen. Ne, da findet einer an zu singen. Soll ich so PN schreibe? Ich bin die da bohren bis zum Recall. Next. Next, please. Oh, wie wäre es mit 16 Spielern? Oh, wurde schon geschossen. Ich habe neun Leute dabei. Nimm die mit, bring die mit bei meinem 16-Server. Wenn du das nächste Mal dann in die Tuning-Firma fährst, musst du singen, I got to be my right. Ich glaube, ich habe hier einen sogar mit einem ehrlichen Spielten Level. 1.335. Oh, das ist ja toll. Hey, das wird immer so ehrlich. Wie war das, glaube ich, hier bei Bullshit-TV? Der hat auch nur 250 Millionen auf dem Konto. Bei Bullshit-TV, ne? Also, ich finde es immer schön, dass bei den Spielern ab 18 keine kleinen Kinder sind. Da gab es auch die eine Folge drauf. Dinge, die Gamer nie sagen. Ich meckere über Produktbracement, aber ja, aber gibt anderen YouTubern hier so Hey, 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 der und jenes in Cell und Kronk, oh, krass, ja. Weißt du, aber du machst gerade nichts anderes, ne? Ja. Tö. Und Kronk kannst du nicht die Stirn reichen, aber hier, die, weißt du, ja, wie die anderen heißen, ist ja, weißt du, nee, ist klar. Ob wir dann die Stirn reichen können, ne? Tö. Ich esse jetzt was von meinen Pringles, ja? Schnauze. Das haue ich aber richtig auf den Tisch. Was? Mach doch. Das ist sein Tisch. Mach halt deinen Tisch kaputt. Ja? Schlag doch auf den Tisch. Hau drauf. Ich sage aber nicht auf welchen und wann. Ja, aber nicht auf meinen. Ich sage ja nicht. Doch, doch, doch. Du hast gesagt, dann haue ich jetzt auf den Tisch. Ja, richtig. Auf den Tisch, aber nicht auf meinen Tisch. Ja, dann haue ich jetzt auf deinen Tisch. Ah, nicht jetzt. Ich sage mal. Ich sage jetzt. Der, der. Verkackt. Nein, jeweils. Oh, Ladevorgang. Alter, Event. Und ich kann nicht gucken, wie viele Menschen hier sind. Auf jeden Fall sind mehr als... Ich fand es einmal geil. Da war ich alleine auf dem Server und hat gerade ein Event angefangen. Ja, machen wir halt. Sieben. Was, alleine auf dem Server und ein Event hat angefangen? Alter, das waren... Da waren zwei, drei drauf. Dann ist das Event los und die sind rausgegangen. Fünf müssten drauf sein, um ein Event zu starten. Fünf, ja. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Keine Ahnung. Bin ich halt allein mit dem Heli unter den Brücken durchgeflogen. Wie wär's mit 25 Leuten? Ja, dann bring ich die sieben mit. Auch schon wieder so ehrlich, ihr Spielte-Level. 1022. Finde ich immer nett. Hallo? Hallo? Wer redet da? Hallo? Da hat gerade jemand Hallo gesagt. Er wollte dir doch Hallo sagen. Ich glaube, ich habe deutsche Kinder auf meinem Server jetzt. Hallo auf... Auf Deutsch. Auf Neuerkommnigen. Hat er jetzt gerade gesprochen oder war das woanders? War's nicht. Bei mir ist auch nichts. Nein, da ist... Ist eigentlich auch eine neue, schöne Folge, die wir jetzt gerade machen. Oder? Let's such the server. Let's such the server. Let's search. Alter... Alter Baseball-Kollege von mir ist jetzt umgezogen. Der ist jetzt nach Australien ausgewandert. Nach Australien? Hammer, wo ich das gelesen habe? Wahnsinn. Super. Der hat mich nach Australien zwingt. Warte, warte. Oder was Südafrika. Gott. Auf jeden Fall weit weg. Ja, aber was wird mich da hinbringen? Nichts? Ein Flugzeug wahrscheinlich. Ja, schon, aber ich bin hier groß geworden. Ich möchte doch nicht auswandern. Voll der Hammer. Ich lese da. Ja, bla bla. Das fliegen jetzt dann los. Und dann... Ja, auf Wiedersehen. Kommt, zieht man sich bald mal wieder. Ja, wir haben schon alle Sachen drüben. So, was? Krass. Nee, also ich würde... Würde ich nicht machen. Und... Ja, hier wird es irgendwie nichts. Hallo. Das würde ich nicht machen, auswandern. Würdet ihr das machen? Vielleicht. Vielleicht? Sehr gut. Ja, ich wandere auch aus. Von Baden-Württemberg nach NRW. Ja. Das wäre für mich zum Beispiel ein Grund zu sagen, Deutschland zu verlassen. Ja, ich auch. Wenn du kommst, gehe ich. Wieso, ich bin doch schon da. Ach, 13. Ich würde das denn eigentlich nur Wohnungstausch machen, oder? Ja, ich kann da runterziehen, dann ziehe ich hoch. Na gut, Kevin. Wieso willst du jetzt runterziehen und dann hoch? Du. Du hast gesagt, da würde ich runterziehen und dann gehe ich hoch. Nein, wenn ich hochziehe, gehst du runter. Nö. Da bist du näher an der Schweiz als jetzt. Aber kannst du sagen, wo ich hinziehen würde, war es ja auch schon mal. Oh ja. Oh ja. Dann komme ich mit, weil dann werden wir ein bisschen bei Rockstar anfangen mit Arbeiten. Ja, tschüss. Ja, tschau. Okay. Aber Levin. Levin. Was? Dann aber nicht die ganze Zeit im Wohnmobil, oder? Wohnen. Dann zuvor und ein Haus. Hey, wir verdienen 3.000 Euro, 3.000 Pfund im Monat. Und wo wohnt ihr? In dem Wohnmobil. Ja, auf dem Campingplatz. Du, ganz ehrlich, auf dem Campingplatz würde ich sogar wohnen in Edinburgh. In diesen Bunkern, die wären auch cool gewesen, ja. Die Holzhütchen da. Waschteil. Ja. Und wo wohnt ihr? Campingplatz. Hey, ich bin Firmenchef. Ich krieg 10 Mille im Jahr. Und wo wohnt ihr? Campingplatz. Campingplatz ist so ein Bunker los. Ja, der ist Serie, die Camper. Hier in so einer Campingidülle da. Ja, genau. Wie heißen die komischen Woh... Serie hieß tatsächlich die Camper. Ja, was sind das, wo die da drauf wohnen? Klar, ein Campingplatz, aber das hat ja einen speziellen Namen. Einen Namen? Weiß ich nicht. Ich glaub grad, man ey. So Langzeit, Langzeitwunsch, das hat ja einen anderen Namen, als wenn du nur so auf dem Campingplatz halt da... Ja, das ist halt so feste Plätze, ja. Dauercamper sind das halt. Ja, die haben ja ihren Mietplatz wahrscheinlich schon gekauft oder sowas, wo du tatsächlich jedes Mal, wenn du da hinfährst, auch da dich hinstellen kannst. Da zahlst du ja auch nix für... Da zahlst du ja auch nix für... Manche haben ja... Es gibt ja auch solche Dauercamper... Da handelst du im Monat oder so. Aber es ist passiert jetzt schon seit, weiß ich nicht, fünf Minuten nichts. Also das ging mir grad auch so. Also entweder mach ich jetzt tatsächlich einen Folgenbreak, weil ich die Playstation kurz oder GTA ausmachen muss, oder ich mach das kurz mit dem Zwischenreihen, scheißegal. Aber das war es bei mir auch. Hast du das immer noch? Nein. Das hat grad das letzte Lade-Ding, das hat grad auch für mindestens vier Minuten gedauert. Also bei mir läuft momentan alles wunderbar. Ich suche vielleicht einen Server, ich finde aber keinen. Ja, super toll. Kann hier auch nirgendwo hin, weil da oben stürmt's grad wie Sau bei mir. Ja, ich höre hier auch einen Sturm. Der nächste, der keinen Französer... Da flog gerade auch. Oh, da flog, der Fernseher Silvester bei mir auf dem Server. Ich brauch bald einen neuen linken Analog-Stick, meiner ist schon relativ leicht abgenutzt. Na, abgenutzt nicht, aber der reagiert nicht mehr richtig. Bei Minecraft zum Beispiel läuft er langsam, wenn ich zur Seite gehe. Ist das eigentlich einfach so ein Stick auszuwechseln? Äh, die sind draufgelötet mit vier Lötpunkten. Nee. Nee. Okay, ich vergiss es. Und dann musst du ihn richtig anschließen. Nicht, dass du nachher hochdrückst und läufst rückwärts. Außer musst du erst mal ein Ersatzteil herkriegen. Ja gut, die Dinger könntest du auch bei Amazon kaufen. Bei Ebay. Häniken kaputten Controller. Ja, warum? Hm? Schau wieder. Nein. Nein. Lala, lala, der Bildschirm. Was war jetzt die Werbung? Amazon oder Ebay? Weiß ich nicht. Beides. Playzone. Playzone. Gut, aber wenn du auf der Playstation spielen, kannst du ja für Playstation auch Werbung machen. Außer wär's doof, wenn du sagen würdest, ich würd mir jetzt was für Xbox holen. Würde ich nie sagen, weil's scheiße ist. Ja, 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 ja. Hintergehe Sony nicht. Hm? Hintergehe Sony nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt, ähm... Ich bin im Zoo, die ist gar nicht anders. Die Scheiße mal kurz ausmacht, das geht nämlich jetzt gar nicht. Das wäre das, in der Zeit, blende ich hier kurz, glaub, was ein, falls ich's nicht vergessen sollte. So, falls ihr wollt, jetzt seht ihr private Fotos auf Katas Kanal. Was? 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 Ich weiß schon, wie das heißt. Katar-Anal. Oh Gott. Oh Gott. Katar-Anal. YouTube-Katar-Anal. Ja, oder Katar-Anal. Na, 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 ja. Ich geh auch mal g'schön nicht verpissen und mach auch mal wieder aus, weil das... Was? Gar nix. Was meine rektalen Öffnungen angeht, geht euch gar nichts an. Der Rektal-Der Rektal-Kanal. Kanal Rektal. Das geht euch einfach gar nix an. Deutschland's schönste Körperöffnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Schau mal rauf, oder? Ja. Nein. Das wird alles rausgeschnitten. Alles unzensiert rausgeschnitten. Alles unzensiert rausgeschmitten. Oh scheiße. Ja, das kann dann passieren. Ja, das kann dann passieren. Aber ich fand diesen Witz auch letztens so geil. Welchen? Hat mir einer von euch denn vorgelesen oder im Geschäft? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich hab meine Tage. Oh Schatz, ist das so eklig, wenn du durchverlasst. Oh, Alter. Ich fand den heute recht lustig. Warte, pass auf. Warte. Würde im Kühlschrank einer arbeiten, müsste ich ständig sagen, ich schaue mich nur um. Was für ein Ding? Oh Mann, wenn jemand im Kühlschrank arbeiten würde und ich würde jedes Mal die Tür aufmachen, dann würde ich bloß sagen, ich schaue mich nur um. Ja. So oft, wie ich im Kühlschrank hingehe, reingucke und wieder zumache. Ja. Genauso wie irgendwann, wenn der Kühlschrank am Schlafzimmer steht, ich gehe hin, mache die Tür auf, gucke rein und gehe wieder. Sorry. Wollte ich nicht eigentlich aufs Klo? Weiß ich nicht. Nein. Ja. Ja, das sagt mir, dass er aufs Klo gegangen ist. Ja, ne, ist klar. Was? Was? Ich war ja nicht aufm Klo. Ja, wie? Ich war nur AFK. Ja. Aufm Klo? Nein. Du warst AFK. Bis gleich. Und tschüss. Knister, knister. Suchst du noch? Ja. Ja, ich bin gerade bei 90%, ich starte gleich im Online-Modus rein. Aber das dauert. Ne, 15 Leute sind mir zu viel. Ach Leute. Ne, es dauert, es dauert, es dauert. Ja, was ist denn los, ey? Oh, ich bin auf einem Server, wo es regnet. Wo da wahrscheinlich 30 Leute sind. Ne, 25. Kannst du bei joinen, ist nicht viel los. Na Gott. Zumindest haben sie mich gerade in Ruhe gelassen, die sind nämlich gerade mit dem LKW an mir vorbeigefahren. Ja, ich musste mich eben wehren mal. Also, er wollte gerade sich umdrehen und die Waffe ziehen. Dann war ich schneller, hab ich ihm vom Motorrad geschossen. Hey, außerdem noch zwei Leute. Also, ich hab drei auf Server gefunden. Ja gut, bis der Levin da ist, wird das wahrscheinlich auch wieder voll. Wahrscheinlich nicht. Dann suchen wir mal weiter. Ja, Mama. Mama? Mama. Mama. Oh, weißt du welche Serie bald wieder kommt? Nicht die, Mama. Echt? Sollen sie wohl wieder drehen. Und diese japanische Spiele-Show. Die wollen sie auch demnächst wieder raushauen. Welche? Welche japanische Spiele-Show? Weiß ich nicht. Nie geguckt? Ja, dann sag doch Takerys Castle nicht vom Ziel. Takerys Castle, ja. Das zeig ich doch. Die wollen sie raushauen und die Dinos kommen demnächst auch. Ja. Ja, Takerys Castle, da freu ich mich besonders drauf. Da wieder neue, vernünftige Folgen kommen. Außer mir viele andere Leute. Boah, das dauert, das dauert. Ah, wirklich, das ist echt ätzend grad. Boah. Ich hätte mich wirklich warten. Er hätte mir ja echt die Folge unterbrechen müssen. Wer hättest denn mal? Ich bin jetzt seit 25 Minuten dran, den neuen Server zu suchen. Hat doch auch mal was. Ja. Dann haben wir zumindest ein bisschen unser dummes Gelaber auf Band. Ah, super. Ich würd gern mal wieder einen freien Server haben, wo echt nichts los ist. Vier. Vier Leute sind hier online. Gut, der Levin hat eh geschrieben, dass er nur bis zum vier kann, oder wie war das? Super, willst jetzt echt noch nur eine halbe Stunde... Ja komm, eigentlich sind es eigentlich nur wirklich... Was? Hallo? Abwirk. Der ist auf Dingens, auf gemutet. Mikro aus. Ja, der gute Kevin, der hat wieder Probleme mit seinem Headset. Er hat sich ein neues gekauft. Ist aber richtig schlechte Qualität. Und jetzt hat er sein altes wieder angeschlossen, was ein bisschen kaputt ist. Und jetzt hat's ihn grad natürlich wieder... irgendwo... verspult. Naja, kann ich wieder Gespräche führen. Okay, Kevin. Danke. Alles klar, super. Naja, suchen wir in der Zeit trotzdem mal weiter Server. Vielleicht finden wir was. Steck mal aus und steck mal wieder einen. Kevin. Bringt auch nix. Ach ja. Oh, 27 Leute. Mhm. Da bleibt man drauf, da gehen wir nicht raus. Boah. Warum muss das immer so voll sein? Dass man keinen Server finden, wo weniger los ist. Dass man sich das nicht bestimmen kann oder auch neigern aufmachen kann. Hm? Ach, da ist er wieder. Nein, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Cool. Cooles Spiel. Gavin. Gavin. Ach ja. So. Sechs Leute. Ganz vor hier. Äh, nein. Ich möchte das nicht spielen. Oh, Kevin ist wieder da. Kevin? Ne, ist wieder weg. Man hört immer nur ganz kurz was, dann ist er wieder weg. Kann sich nachher zusammenreimen, was er eigentlich gesagt hat. Leben ist auch ins Klo gefallen? Hm. Naja. Naja. Die Stelle. User in your channel stopped recording. Aha. Da halt so das bedeutet, ein guter Kevin möchte die Aufnahme abbrechen. Somit würde ich dann sagen, ähm, suchen wir unseren Server offline und die Mikro-Einstellungen muss man auch nochmal ändern und, äh, ja. Oh, da ist er wieder. Naja, bin wieder da. Deswegen habe ich gerade auch die Aufnahme beendet. Wegen was? Ja, weil mein Mikro gar nicht mehr funktioniert hat. Ja, ja, das habe ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, hast du mich gehört? Nö. Nö, gar nicht? Nö, ich wunderte mich gerade einfach mal, hä, warum alles so ruhig ist und dann hole ich rein. Ach, scheiße, mein Mikro hat sich da kapiert. Ja, ich habe das, ich habe das gerade erklärt an Mikro und Pipapo. Ähm, ja, gut. Ich glaube jetzt, das macht eh keinen Sinn mehr jetzt irgendwo. Nö, wir suchen hier die ganze Zeit gerade, das macht eh keinen Sinn und der Levin kann eh bloß noch 10 Minuten oder irgendwie sowas in der Art. Und deswegen würde ich sagen, ähm, machen wir hier einfach Tschüsselü und in der nächsten Folge, oder kriegen wir das vielleicht noch auf die Reihe, weißt du, geil, ja. Das sehen wir dann. Hm. Na gut, dann acht. Man kann ja mal fragen, aber doch noch länger kann. Levin? Levin? Ja. Hast du irgendwas geschrieben mit, du kannst nur bis um vier, oder? Und deswegen? Hast du geschrieben? Ja. Wenn du länger kannst, kann man auch weitermachen, das ist egal. Weil es sind jetzt noch zehn Minuten bis vier, die Frage ist, ob wir jetzt aufhören sollen und ein andermal weitermachen, oder? Ah, nicht, weil ich schon weitermachen. Was, GTA, oder? Ja, sowohl als auch, äh. Gut, aber Server finden ist halt auch gerade ein Problem, weil wir finden jetzt schon seit fast nach halbem Stunde keinen Server. Also sagen wir es mal so, wir haben auch Sonntag, ne? Du kannst eh nicht viel laut sein. Verputzen macht glaub ich keinen Lärm. Wer putzt? Wie kannst du auch herkommen, bisschen putzen? Oh ja, bin dabei. Echt? Decke verputzen. Ja. Decke machen zu. Zu? Ist offen, regnet rein, ist ja doof. Muss, muss er zudecken. Zudecken? Ach, süß. Gute Nacht sagen. Das hab ich ja, äh, äh, wieder ausbessern dürfen. Erstmal hier Wasserschaden. Oh, schön. Also nochmal mal ein Ende Gelände. Ein Ende Geländer. Decke. Hm? Warum mach ich ein GTA so Problem? Weiß ich auch nicht. Ah, ich hab immer noch keinen. Mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht. Was hab ich jetzt? Aber da ist jetzt auch grad einer gestorben. Das heißt, da sind auch wieder mehr als zwei drauf. Oh ja, 22. Nur 22 geht ja noch. Ja, geh mal drauf, mach ein Chaos. Also gut, dann verabschiede ich mich in der Hinsicht auch. Ich mach jetzt hier auch nen Aufnahme-Break. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's dann wieder funktioniert. Oder? Ja. Genau. Wenn wir wieder mal da sind. Gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Gute Nacht. Hast du immer das letzte Wort haben musst? Nein. Natürlich. Niemals. Und tschüss. Nein. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Doch, ciao. Auf Wiedersehen. Was? Ciao. Tschüss. Bis dann. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Jo. So sing. Bis dann. No. Ingenie. Do. Aja.